Ich habe Herrn Benesch ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesiegt hat. Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns getrunen. Ich gehe meinem Volk jetzt voran als ein erster Soldat. Und hinter mir, das macht die Welt, wie sie marschieren, jetzt ein Volk. Und zwar ein anderes als das vom Jahr 1908. Und so bitte ich dich, mein deutsches Volk, ritt jetzt hinter mich. Mann für Mann, rauf und rauf!